Grünes Band – Preis für Nachhaltigkeit im Außerhausmarkt Kategorie Unternehmenskonzept Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte Organisation. Das preisgekrönte Unternehmen nimmt unter den Herstellern von schnelldrehenden Konsumgütern in Bezug auf Nachhaltigkeit eine führende Rolle ein. Die Maßnahmen zur Zielerreichung finden in den Bereichen Produktverantwortung, Umwelt, Arbeitsplatz und Gemeinwesen statt. Mit einem einzigartigen internen Schulungskonzept der sogenannten Nachhaltigkeitsakademie werden Führungskräfte und Mitarbeiter aktiv mit einbezogen. Alle 24 deutschen Produktionsstandorte haben sowohl ihr Umweltmanagement als auch ihr Energiemanagementsystem nach den einschlägigen Normen zertifiziert. Und es wurde das Ziel gesetzt, das wassereffizienteste Unternehmen der Erfrischungsgetränkeindustrie zu werden und bis 2020 wasserneutral zu produzieren. Preisträger in der Kategorie Unternehmenskonzept sind damit die Coca-Cola GmbH und die Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG. Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG Gastronomie und Hotellerie und GV Kompakt präsentieren Grünes Band Caridio Image und Eventfilm Produktion